Was denn? Mal ganz mal angucken. Ja? Ok. Das ist ein Situ. Es ist ein Ibisburg. So, da ist man gleich abfahrtbereit, weil man geschmarrn guppelt. Gleis 1 Einfahrt S2 nach Erding über München Hauptbahnhof. Im Abschnitt A und B. Anfang 13 Uhr 50. Vorsicht bei der Einfahrt. Ok. Bis gleich. Na? Ach, da geht sogar WLAN sogar gut bei Alex. Ok. Ok, der Alex muss auf die andere Fahrt ankuppeln. S2 nach Erding. Regional. Sorgen schütt immer noch, was ist da los? Was? Ja, der ist so. Das ist so. Das ist so. Das geht noch schlecht. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, das ist schon wie ein toter Taub. Ok. Ah, der andere war noch. Hat gehuckt ok. Taubis. haupt freunde hallo ah taubenfeeder haben auch noch gefunden ja ok na gut so als noch den anderen drei wagen ankuppeln schon wieder kurze s bahn das gibt es doch nicht wir fahren alle damit kurzen s bahn versteht nicht warum klima tauben gehört deren andere ec akum will den den anderen ärger an kohle zur taube mal ich sehe leise bahn anfang s8 nach münchen flughafen torino über münchen volksbahnhof im abschluss adc abtas 13.43 kundig bei der anfang kilo graffiti immer lange s-bahn heute mal röne fällt zurück nach münchen hauptbahnhof S-Bahn S8 nach Flughafen Ah, das ist so weit hin nach Füsten, das ist ja ok Und auch drei, so drei Waggonen, aber nicht angekoppelter Zug So, meine Freude So, jetzt muss Alex den anderen Gang ankoppeln, dann fährt Alex wieder zurück nach München Hauptbahnhof Ja, erstmal fährt er zurück und dann muss er sich vorbereiten, alles für den Vater und ja Radio nach, nach Montienabend, man Ja, dann im abschnitt das sogar zugtürmer ist ein turm gebäude vom zug ja die bewachen hier alles hier oben ja schulz es sechs nach top 10 jetzt möchte ich zurück die leute guckte mir irgendwas was macht und denke ich mal ja nach haupte fahr ich nach hause ja hier auch schon so wie es gemacht im ostbahnhof und muss man auch vieles gemacht dann bergermann habe ich auch zurück wie es gemacht und bei trinken habe ich auch zurück videos gemacht da kann bock noch so viel ganz aus der tonne zu fahren deswegen vielleicht nach hause sonst ist so viel alles sonst ist immer alles zu viel leute der wisst also der alex hat nach prag erst mal anderen zug nach tichten zug hätte nach prag ja auch ziemlich guter zug der wlan bei mir auch ist ja leute nio der alex leute schreibt im kommentar wenn man alles zügen egal welche alex taurus oder twindex oder regional oder s-bahn oder dieselzug in den kommentar drauf schreiben und lasst like dann abo da kommentar welch mal von euch mal hören okay und falls pack ich irgendwann den link mal da rein so irgendwann verschiedene links oder so ja schon wieder kurzer das gibt es doch nicht immer fahren die kurzen s-bahn als zwei drei zwei drei zwei drei 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 zwei drei drei vier 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 doppel langer zug ja krass der extra lange zug ok leute filmen dann noch bis bei hackerbrücke und dann fahre ich nach hause es hier nach oder ringt dadurch zeigt man den schild jetzt bahnhof schild hk brücke hat hk brücke so einheit ausgesprochen ja kommt noch die cg ok mein video beendet dann 51 und minuten und 14 sekunden jetzt denke ich mein speicher geht dann bald wieder voll ich mache noch ein bisschen dann ist schluss heute aus haben bruder dc fahrrad bezug abstellen aber ungefähr pause oder weiter das wissen wir halt gerade nicht aber diese wagons steht immer noch den ganzen zeit heute kommt da drauf schreiben wie lange steht diese waggon könnte ein kommentar schreiben lange in der ganze zeit herum steht ja jetzt mal um der nächste cc jetzt raus wir kommen dort regional kann erst mal nicht kurz mal warten kann der s-bann ist nicht kurz mal warten das heißt so ort auf der region es der holzkirchen so nervig den s-bann-gegen durchkommt so kochel ok Ich gucke ein WLAN bei dem ECE. Leute, tschüss. So, ich werde auf den nächsten S-Ballern vielleicht nach Hause. Ja. Jetzt kommt der Dieselzug, geht es mal langsam. So, mit dem Vaggon wieder mal. Ja. Steht da bitte nicht ansteigen. Ah, das ist beim Hauptbahnhof erstmal. Ah, es sind Leute drin. Ah, es sind Leute noch drin. Ah, macht langsam Feierabend. www.medrian-bob-brp.de Ah, okay. So heißt einfach die Internetseite. Okay. Jaku, sepp, wo es glaube ich? Und da sitzen die Tauben. Guck. Stattdessen, die Taube hier sterben, haben wir ein bisschen nach dem Hocken. Guck. Aber die Tauben-Elch hat nicht einen Platz gefunden. Das an der Taube, das ich gerade zeige, drüben auch an der Taube. Ja. Hm. Okay. Taube ist am Start. Drücken wir die Regionaldrahr weg. Die nächste Regional. So, es ist hier nach Geltendorf. Regionalfluss. Ah Gott, dann der Bob. Okay. So, gleich zeige ich noch einen Bob. Grad noch fährt. Oh, Bienchen. Ich hasse Bienen, Alter. Alter, ich hasse die Bienen über alles, Mann. Okay, Leute. Bis gleich. So, jetzt kommt der Bob. Der Alex hat noch lange Pause, bis er losfährt. Jetzt kommt noch der Bob. Auch langen Zug. So. So. So, jetzt kommt der erste Teil nach Freising. Der andere Teil ist irgendwie so geteilt, also. Nee, ich warte auf den nächsten, bis gleich. So. Jetzt wird der Alex auch schon mal los. Also langsam kommt der raus. So. Jetzt kommt der Alex mal raus. Oh ja, er hat jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Waggon. Leute, der hat eine Tür einfach offen. Hahaha. Jawohl. Ein Tür ist einfach offen. Gork hat, äh, ein Doppeldecker-Waggon. Er hat einfach von der E-Waggon sowieso geteilt, also. Ja. Und zwei Tüch-Tüch-Waggon mit einem Amstort. Tüchisch, immer gut. Okay, so. Boah, das ist auch ein guter Moment. Warte wieder. Das ist manchmal eine Regional. Schon bei 50, fast bei 51. Ein bisschen bei allem in dem Video. Generalbahnhof. Bis gleich. Okay Leute. Ich danke mich für dieses Video. Was euch gefallen hat, ein Like da, ein Abo da. Ein Kommentar. Keinen Dislike und kein Abo. Eure Leute. Peace out. Eure Nico. Kompedrian. Tschüss. Tschüss. Tschüss.